VCSD steht für Voltage Control Smart Decoupling. Seine Hauptaufgabe besteht darin, sämtliche Überspannungen gegen Erde abzuleiten. Aus diesem Grund wird die Abgrenzeinheit vorzugsweise zwischen Pipeline und Niederohmiger Erdungsanlage installiert. Sie funktioniert dabei wie ein Filter, der ab einer bestimmten Grenze ein breites Spektrum an Überspannungen gegen Erde begrenzt, ohne dabei primäre KKS-Schutzmaßnahmen zu beeinflussen. Sämtliche Betriebszustände werden dabei direkt am Gerät angezeigt.